Es nimmt alles Form an langsam. Es nimmt alles Form an. Hey, wir haben schon eine Mauer auf der maximalen, auf unserer gewollten Höhe, sag ich jetzt mal, klingt besser. Und wie ich gesagt habe, sie können jetzt wirklich die Plattform nutzen, um viel einfacher an ihre Bauplätze zu kommen. Und wie ich gesagt habe, sie können jetzt die Plattform nutzen, um die Plattform zu kommen. Sollte. Und die zwei dividende eidel sein sollten die holen holz gut also können wir unsere holzvorräte auch mal wieder auffüllen ja auch die beiden steine da sind recht ergibig muss ich sagen ja 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 Das war's für heute. Okay, der erste Steil ist weg. Wo willst du denn hin? Ah, da muss er sich die Burg angucken. Ob wir, ob wir alle gute Arbeit leisten? So, da mir langsam der Stein ausgeht. Wird hier auch noch Stein abgebaut. Und? Was ist das? Was ist das? So, die sind alle leer. Was passiert jetzt wohl, wenn ich die abreiße? Was ist das? 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 Okay, das ist der andere Bauauftrag für die Mauern. Dann füge ich dem hier mal was hinzu. Was ist das? Genau. Nämlich das hier. Was ist das? 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 der stein da ist noch da ok hier ist auch doch ein stein also alles gut ja die ecke braucht irgendwie am längsten und ja die sind weg gut als werde ich wahrscheinlich davon keils zurückbekommen haben und 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 gut der hier braucht auch doch aber der braucht erst mal steine so im steinbruch wird gegraben gut der beauftrag ist fertig also kann ich die schon mal abrechnen kann die bauauftrag sagen er soll weiter hier stockpiles abbeißen so 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 poop wo 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 ist wo 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 Und ja, die lösen sich einfach auf. Ist auch okay. Und ja, die lösen sind. 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 Ja, die lösen sind.